Anfahrt Schwedenkreuz. Lange links bleiben bis zum Asphaltbelagwechsel in der Senke. Abbelagwechsel, Lenkung gerade und Kocke vor Schwedenkreuz, rechtsseitig und gerade überfahren. Arreberg. Links anfahren und anbelnissen. Anfangs des Kiesbettes einlenken. Scheitelpunkt erst im letzten Kurvendritten. Links verlassen. Anfahrt Kallenrad. Linkskurve spät einlenken und am Scheitelpunkt etwas länger links bleiben. Dann rechts einlenken und links verlassen. Anfahrt Fuchsöl. Aufpassen, Schild 93 zu fahren. Dann einlenken und gerade auf die Senke zu fahren. Leichte Kocke gerade überfahren. Vor der Senke lange rechts bleiben und dann gerade und linksseitig durch die Senke. In der Senke nicht bremsen oder scheiden. Ex-Mühle. Erst Ende Körbs einlenken. Bodenwellen am Scheitelpunkt. Körbs meiden. Erst beschleunigen, wenn Lenkung gerade. Links verlassen. Kesseln in eins. Gerade auf das 11km-Schild zu fahren. Dann langgezogene Linkskurve einlenken. Vorkuppeln links bleiben. Dann Lenkung auf und gerade über gucken. Kesseln. Anfahrt Karussell. Auf das Postenschild 143 gerade zu fahren. Nicht zu schnell ins Karussell hineinfahren. Alle vier Räder auf den Betonplatten halten. Das Karussell erst über die Ecke der letzten Platte mit Wagenbitte verlassen. Wenn wir mal links einsortieren. Rechtskurve am Postenschild 154 einlenken. Scheitelpunkt rechts. Folgende Linkskurve an der 155 einlenken. Kurzes gerade Stück zum Bremsnutzen. Am Ende links bleiben und gerade durch die Senke fahren. Nächste rechts am Ende der linken Körbs einlenken und lange an den rechten Körbs bleiben. Zum Bremsnutzen. Am Ende links bleiben.